Ja, das ist voll, das ist alles gemein, und Bleibschweiber ausgeklickt und kommt jetzt auch schlecht wieder ins Pedal. Vorneweg, Manfred Müller, A2, Gleifzina Brunn, Antreib, Peter Davids. Klaus Schreiber versucht jetzt alles, um noch an die anderen Lager ranzukommen, um noch auf den Tittenplatz zu kommen, großer Peter Davids überholen, und schafft es ihr jetzt auch, oder gibt es einen Kampf auf der Ziellinie? Manfred Müller und Klaus Diederbrunn sind durch, und an drei.